Einen wunderschönen guten Tag und seid herzlich willkommen zu einer weiteren Folge P.O.B.G. Wir spielen wieder im Duo der liebe Jonsko und ich. Yo, yo, was geht? Alles klar. Ja, nach der letzten Runde im Rang 4 gewonnen. Nicht verkehrt, aber auch nicht das Gelbe vom Ei. Wir versuchen es jetzt natürlich besser oder wenigstens gleichgültig zu machen. Also, ja. Ob dafür. Ob. Okay, wir nehmen auch die Hinser zu. Aber hier links, direkt in die Stadt rein? Stadt? Ja. Das ist ein Fabrikgelände oder so. Ich weiß, keine Ahnung. Ja, hier links irgendwo. Ich spricke. Ich bin jetzt sowas am schäben. Ja, jolo. Da ist der andere Vogel. Da ist der andere Vogel. Ich weiß nicht, wie viele hier sind, ne? Hoffentlich haben wir hier. Ich sehe nur einen. Ja, guck mal über der Stadt. Da siehst du 20. Vielleicht auch über der Stadt. Ja, wir sind in der Stadt. Äh. Ich nicht. Ui. Aber so halbwegs. Komm her, du Ficker. Das hört sich doch vernünftig an. Und das ist ein gutes Ohm. Meinst du? Ja, ich habe den Mantel. Und ich. Habe einen Kill. Wundervoll. Jetzt wisst ihr Ficker mal, wie ich mich immer fühle. Mein Gott, heb die scheiß Wester auf. Oh, sehr schön. Direkt als erster Sterben ist es doch so assi, ne? Ja. Mir tut er mir echt leid. Echt? Ja, aber ich muss anrennen kommen sehen. Mit einer Waffe in der Hand. Hat sich nur gedacht, oh fuck. Und rennt weg. Das ist aber krass, dass du weißt, was die Leute denken. Ja, ist gut, ne? Ich kann halt Gedanken verlesen. Ich kann Gedanken lesen. Du bist voll krasser Macker. Ich weiß. Irony Day. Uuuuh. Irony Day. Oh, ich habe auch gerade einer drauf gehoben. Richtig geil. Pumpe, AKM, Stufe 3 Rucksack, Stufe 2 Weste. Du hast Aids Kit. Läuft bei dir? Fett bin ich geworden. Wissen wir. Ja. 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 Gut, ne? Ich finde sie gut. Nicht wirklich. Aber dich. Oh, M4-16. Oh, M4-16. Du hast du mir, kriegst du. Warte. Ich beschusse mit meinem Leben. Äh, Label. Mit ihm, meine Leben. Ich habe hier nur das Zeug aus dem Haus mit. Oh, Alter. Wie weit du weg bist. Halt's Maul. Ja. So weit wird mir hier so noch wieder nicht. Von mir schon. Du hast nicht zufällig einen gekillt? Nö. Okay. Ich bin da. Ach, die Tür zu. Oben, ne? Oben. Oben. Ganz geradeaus durchlaufen. Ja. Hey, Baby. Hey, Baby. Hey, Baby. Hey. Yes. No. Und da geht's. Und da geht's. Griff. Taktisches Lager. Schnelldingens und ein Holo-Visier. Direkt komplett ausgestattet, Alter. I love. So, die AK kann ich ja nicht wegschmeißen. Hast du AK-Monny? Äh, ja. Gut. Da bleibst du doch noch. Merci. Eine wirklich edle Geste. Bist du ein schneiner Hund. Jetzt hab ich Granat aufgehoben. Ich hab doch gar keinen Genre. Ich benutze die Scheiße. Das ist doch wundervoll. Yes. Gucken, wo wir auch hin müssen. Ach, du Scheiße. Was denn? Ich geh aber auch versuchen an einem Auto. What the fuck? Ey, das ist doch nicht deren Ernst. Warum haben die eigentlich immer so Glück? Wollen wir uns verrecken lassen? Äh, ja. Ach, ist das die Scheiße, oder was? Also, bis wir ein Auto finden, würde ich sagen, wir laufen mal. Also, sieh zu, dass du deine Hacken bewegst. Und dann ab dafür. Äh, ja. Oh, mein holy fucking shit. Alter, wir sind so gefickt, ne? Yes. Bis wir ein Auto finden, zumindest. So, und jetzt YOLO. Oh, vor mir wird geballert. Lagerhalle? Lagerhalle, alles klar. Och, ne, hier sind die Container. Bin auf jetzt, ja. Battlefield 3. I know this map. Nein, da will ich nicht hin. Du, ich stehe Container, statt Lauf, ich nicht. Da vorne steht ein Auto. Komm, hopp, 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 hopp. Na los, bin unterwegs, ich komme. Rechts von der Lagerhalle. Komm, direkt, hopp. Oh, da vorne ist einer. Rechts vom Haus. Läuft auf den Berg zu. Fick dich. Deckiger. Wieso? Ja. Nicht du. Da läuft wirklich einer. Ach, da läuft ein Loll. Ja, gut, lass ihn laufen. Der ist weit genug rechts. Wir müssen erst mal zusehen, dass wir hier wegkommen. Ohne instackel. Ohne instackel. Äh, I'm on it. Alter, da haben wir ja richtig krass reingedacht. Doch. Die anderen, die jetzt auch bei der Container rumlaufen, die haben auf jeden Fall Arschkarte. Drei und Fruf, Sieg, so leuchtet er noch. Also wird es gleich auf ein Minimum, wie es hier ist. Und weil sie nur ein bisschen überleben. Äh, dauert schon ein bisschen, bis die scheiß Elektromantik gefehlt hat. So. So schnell geht er nicht. Oh mein Gott. Heroin. Nicht gut. Ja, ich würde mich auch an deiner Stelle rechts halten, weil sonst fahren wir mit rein. Okay, wir fahren mit rein. Ja, ich muss da jetzt irgendwie durch. Aua. Oh, ja, geil. Wie viel Landschaft. Da macht Autofahren auch richtig Spaß, Junge. Nicht oft davon leckt mich dich. Ja, kann es knicken. Komm, laufen, laufen, laufen. Oh, eine Rotze. Bin ich ja schon wieder beruhig, ne? Aber gut, wir haben trotzdem ein gutes Stück geschafft. Wenn wir uns beeilen, Schab, ist noch vor der Wand. Beeilen, hö. Hö, 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 hö. Soll ich dir was erzählen? Nö. Nicht so lustig. Nicht. Nein. Tade. Meine Ellenbogen tun weh. Guck mal, da vorne ist das Bombengebiet. Denn die Bombengebiet ist die Grenze. Ich weiß, es wurde gerade das Ziel angebombt, um Bescheid zu sehen, dass wir hin müssen. Okay. Und hier rechts haben wir den Training-Kill gemacht. Den Number One. Genau da auf dem Hue habe ich gestanden. In der Mitte und du links davon. Und da hast du den Last-Kill gemacht. Und wir haben die Runde beendet. Als erster Platz, aber das ist jetzt nur weit entfernt. Wer ist das? Das sind nur zu dem noch 45 Leute. Und die Halle... Äh, das sind nicht Leute, das sind Teams. Nein. Klar. Nein. Wenn du jemanden tötest, wird einer weg. Gucke. Wombat im Nahkampf. Einer weg. Zack, 46 nur noch. Okay. Geht das im Duo, aber nicht so schnell. Ähm, sing im Solo meine ich. Hm. Keine Ahnung. Egal. Unwichtig. Das macht ja jetzt keinen Unterschied, ob Teams oder nicht Teams. Da oben links auf dem Berg laufen welche. Sieht man jetzt nicht mehr, ist hinter dem Hügel. Wir sollten uns... Wir sind gleich da, weil ich gucke hier nochmal kurz in den Halter rein. Ja. Ich laufe hinten hinter ans Haus ran. Hauptsack. Stufe 2. Ich habe schon eine Stufe 2. Okay. Ja. Lol. Okay. Boah. Gott, ich dachte du bist vor dem Haus, Alter. Ich gucke gerade in das Bad rein. Digger. Aber lass mal weiter. Die Wand kommt, die Wand kommt, die Wand kommt. Wir müssen. Oh, fuck. Oh, Mann. Das wird schon geben. Tralalala. Da vorne steht ein Auto. Aua. Ja, das ist, glaube ich, ist das Fahre? Und boff. Ich hasse Schaden. Ich hasse Schaden. Oh, die Reserve haben. Nein. Eins, reich. 100 Aufmerksamkeit. Pänger. Oh, die Military Base. Ist nicht dein Ernst. Wollen wir hier in der Safe Zone gleich die ersten Häuser anspannen hier rechts? Ich finde, meinst das ist eine gute Idee. Ah, ich fahre aber wo? Oh, hier links noch ein Auto. Ich habe nicht gesagt, dass es eine gute Idee sein soll. Ich gehe rechts. Ich bin links. Ich habe sie nicht gesagt, dass ich bin. Ja, das war auch nur auf die Richtung bezogen. Ja. Selbstverständlich, meine ich. Selbstbar freilich. Aber hallo. Okay, mein Haus ist schon mal nischt. Ohne scheiß. Wenn ich für jeden Rucksack hier Stufe 2 eine Sniper kriegen würde, dann würde ich dir zwei schon schenken können. Keine Ahnung. Ich meine nur, so eine AWM oder so. Äh. Da würde es noch nicht nein sein. Die AWM braucht auch zwei Schuss, das ist scheiße. Die AWM braucht keine zwei Schuss, bist du irre? Doch, brauche ich. Als ob. AWM ist eine 50er Kaliber als ob. M ist keine 50er, Alter. AWM ist wie die AWP. Ja, das ist aber keine 50er. Klar. L96. L96 ist kein Kaliber 50. Sicher? Wäre mir auf jeden Fall sehr, sehr neu. Es ist schon eine starke Sniper, aber definitiv keine L6, äh, keine Kaliber 50. So, wohin? Kann man mit Förderfahren? Wird auf jeden Fall irgendwo weiter. Da war ich schon. Äh. Komm, 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 komm. Ja, 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 ja. Und los. Ja. Ja, mit Gas. Gas, 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 Gas. Das haben wir jetzt mal gekonnt überhört. Leute, kein Rassismus hier. Ich hab's extra nicht so betont. Gas, Gas, Gas. Warte, wie, wie wolltest du's nicht betonen? Hab ich vergessen. Raus, raus, raus. Na ja, so ein Befehl. Ich meine das nur, falls die Leute sind. Man muss Gas geben. Ist sie gut aus, rechts? Ah, hier wurde ich öffnet. Ich markiere diese Bereich. Fail. Also ich muss sagen, seit die letzten Malen, muss ich... Äh, bin ich sehr dafür, dass die Skale scheiße ist. Ja? Ich weiß, ja, ich weiß nicht. 5 und 6, brauchst du? Ja! Mitgenommen. 9mm. Sind sie gerade recht gut? Mehr oder weniger gut. Ich glaub mal auf die nächste Verkleidung. Ich glaub, hier ist ein Mantel, ne? Wenn du willst. Mantel, Alter. Oh, Vierfachsucher. Nö. Oh, oh! Und damit hab ich den Jackpot gezogen. Hast du das? Ja. Rate mal. Was soll du? Keine Ahnung. Ich will nicht alles. Ich finde es... Ich will keine Ahnung. K98. Ach, jetzt mal, lass die Scheiße liegen. Ach, zu spät. Ich hab sie schon. Äh, leg sie wieder hin. Nein. Ach, die Tür zu. Leg doch keine K98 hin. Hallo, Sniper, Sniper. Ja. Du läufst hier gerade rum, Alter. Ich hab schon Paranoia geschoben. Ja. Ähm. Oh, Moni. So. 50, 56 Schuss. Watt, äh, sollten jetzt mal rechnen, ne? Und, Achtung, das neue Gebiet kommt gleich. Let's see. Barbells. Wir sind jetzt drin. Perfekt. Ich bleib da mal hier drin. Hab ich nicht getan. Ich vermute mal bei den Ruinen. Und rechts am Kreis. Äh. Ich vermute ich das Endgebiet. Äh, ich glaub eher entgegengesetzt. In der freien Fläche, direkt in der Mitte vom Kreis. So, mehr Richtung Süden. Ich glaube, da wird das Endgebiet sein. Ruinen machen sich aber besser als Endgebiet. Geile Location, muss ich sagen. Wo ich meinen vierten Platz gemacht hab, war die Runde. War auch bei den Ruinen. Okay. Das war echt geil. Richtig geile Location dafür. Er läuft. Was genau suchst du? Das suche ich so gar nichts. Sieht aus wie einer von der Blumengrube mit einer grünen Glatze. Läuft. Okay. Aus Süden kamen Schüsse. Für einen Schuss zumindest. Noch einer. Von da oben wahrscheinlich. Oh, ein schwarzer Helm. Viel besser. Sks. Sks. Oh, das ist mad. Eine Sks? Wo? Was? Der Typ wurde bei der Sks gecralt. Achso. Das heißt, da hat auf jeden Fall jemanden ein Sniper. Das Problem in der Sks ist, dass es eine Autosniper ist. Ja. Eine Loop-Sniper, wie ich sie gerne nenne. Nein. Auch wenn ich sie selber habe, verdammt gerne habe. Was noch mögen. Ich finde sie nicht so toll. Jetzt stehen wir hier echt schon wieder die ganze Zeit rum. Ich will gar nicht campen. Ich warte jetzt wenigstens noch, bis das neue Gebiet kommt. Dann wird weiter gemoved. Aber das ist eigentlich gar nicht so viel Sinn. Das geht ja darum, als letztes Spiel. Ich hoffe, dass da vorne ist kein Player. Was ist da vorne? Wo ist da vorne? Du guckst nach Süden, oder was? Oh, nee. Ist doch keiner. Oh. Pass bloß bei dem komischen Berg da vorne auf, ey. Ja, da gucke ich ja die ganze Zeit hin. Oh, ich sag ja nur. Warum fehlt jetzt beiden eigentlich Energie? Ich möchte gerne eine ganz scheiß benutzen. Kann ich nicht. Geil. Deckover hiel mich mal ein bisschen. Warte mal, habe ich so einen? Ja, ich habe einen Energy Drink. Okay, das kann man schon näher. Von links. Ja. Ah, bei dem Kanal, den gehen da wahrscheinlich. Süden, Südosten. Noch weiter Richtung Süden. Wand kommt ran. Ja. Sind wir im Safe-Bereich. Wir werden es auch bleiben. Das sagt mir mein Entstunkt. Mein Entstunkt? Mein Entstunkt. I don't want to camp anymore. I don't want to camp anymore. Ah, komm. Hop, 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 hop. Nein, das bin ich. Das bisschen jetzt echt? Ja. Was haben wir denn noch? Wird jetzt sofort los, ne? Ja, gute Idee. Da ist der Autowagen. Da oben läuft einer. Ja, sie. Ich habe ein scheiß Auto. Da laufen zwei. Oh Gott. Oh Gott. Oh. Komm. Weg von hier. Das war der Plan. Alter, da ist alles nur noch Freifläche bis auf das Militärry-Ding an. Ja, ich schmachte eher nach der kleinen Hütte davor. Okay, du bist ja sicher, dass wir das noch versuchen wollen? Ach, guck mal. Ein Bunker. Das ist nur auch noch. Ist das die Möhre hier? Oh Gott. So oder so raus. Ich gehe nach oben. Äh, ja, ich würde sagen, ich auch, weil ich habe einen Sniper. Ja, Alter, hier ist ein scheiß Fenster. Das ist richtig kacke. Hier, hast du die Tür zu? Gut. Buff, tot. Doch, bitte nicht. Oh, wieso? Hier drinnen wäre es nicht schlimm. Besser denn, du bist insidate. Was, wie gesagt, eigentlich... Was wäre denn... Nicht sofort passieren dürfte mit einem Zweierhelm. Äh. Selbst bei einer Sniper nicht. Sag niemals nie. Nie. Niemals nie. Kann ich selbst gehört haben? Wann kommt's? Ja, gute Idee. Ja, ist ja gut. Weißt du, was mir gerade aufgefallen ist? Ah? Wir haben richtig übel beschissenes Aiming. Also, auf der Sniper dürfen wir echt nicht spielen, eigentlich. Ah, die Band ist gleich dran. Ja, mit der New Place Area. Place Area, genau. Play Area. Da! Das kann nicht sein, ey. Sagen, wir schauen mal außerhalb. Ich habe eine Tür hier gehört. Das war auch genau das. Ich weiß, wie siehe, womit ich überhaupt nicht klarkomme, ne? Sexhole. Oh, hier ist Berg. Das mal bitte raus und auf den Berg hoch. Mit Auto? Nein. Nicht auf uns aufmerksam machen. Nicht noch mehr als nötig. Da vorne ist ein schöner Stein, gerade direkt im Gebiet. Oh, wir kriegen Besuch hinter uns. Wir können. Genau hinterm Turm. Ah. Ich snipe mal ein bisschen. Aha. Du sollst dich hindenken, du Stück Scheiße. Keine gute Idee. Immer noch besser, als hier rumzuhacken, wo man uns so vorzieht. Da vorne ist er? Wo ist er vorne? Ach, da. Alles klar. Oh, sehr schön, sehr schön, sehr schön. Ah. Aber ausgenockt, pass auf, wegen dem anderen. Ah, das gefällt mir so überhaupt nicht hier. Hab ihn. WTF? Umso schneller verreckt er. Hab ihn. Ich kill. Was, du links auch? Versuch's. Wie bei uns auf dem Berg, oben. Ja. Ja. Band kommt. Was auch da. Wow, hier, hier, hier. Der ist. Ja, bitte, bitte. Krieg ihn, krieg, ich krieg ihn. Jawohl. Rette mich, bitte. Ich habe ihn. Ich habe ihn. Kicken, Alter. Oh, mein Gott. Wille kam der her. Oh, wiederbeleben dauert so lange. Fuuuck. Nein, das dauert nicht so lange. Drei. Drei. Eins. Kleines Spielgebiet. Einen Hit und ich bin tot. Ja, ich auch. Pass auf, wegen der Wand. Dürft du mich hier eigentlich nicht erwischen? Eigentlich. Jawohl. Erste Hilfe-Koffer. Oh, ich hoffe, mich sieht keiner. Das hoffe ich auch. Da unten ist einer. Hang runter. Da? Ah, ja, ich sehe ihn. Warte, warte, warte. Au. Fuck. Oh, fuck. Gehen wir ran. Ich mach mal erste Hilfe, Koffer. Bastard. Hit. Äh. Jetzt sind wir noch hinter dem Bogen. Hab ihn. Sehr schön, sehr schön, sehr schön, sehr schön, sehr schön. Sieben Leute noch. Ja, und wir müssen weiter ins Gebiet. Da vorne ist Bewegung. Wo ist da vorne, Junge? So, ich sehe ihn nicht mehr. Ich weiß trotzdem nicht, wo da vorne sein sollte. Hier vorne, dann den Stein. Vor dir. Wir müssen sowieso gleich weiter. Ja. Ich gehe hoch zum Baum. Ja. Ich denke, ich werde dir folgen. So, oben. Da oben ist Bewegung. Schau mal nach oben. Fünf am Leben. Sieben, sechs, fünf. Fuck, wir müssen rein. Und sind wir gleich tot. Da, rechts. Oh, da. Ganz vorne. Hab ihn getroffen. Oh, mein Gott. Von links auch noch. Oh, fuck. Ja. Hat mich. Oh, scheiße. Die Wand, die Wand, die Wand, die Wand, die Wand, die Wand, die Wand. Ich bin tot. Oh, mein Gott. Du musst da weg. Das macht richtig übelst Damage. Nein. Ja. Ja. Scheiße. Team Rang drei. Mist. Da waren noch zwei andere Teams. Zwei übrig. Sind wohl eins gegen eins. Das jetzt gerade hier kein Cover mehr war, ne? Scheiße, verdammt, ey. Scheiße. Er legt nur an. Der hinterm Baum, ne? Einer von denen. Den habe ich sogar noch getroffen. Der hat einen Millimeter rausgeguckt. Wollt gerade auf mich ziehen. Habe ich getroffen. Egal. Freunde, dritter Platz. Nicht schlecht. Dritter Platz. Nicht schlecht. Schon mal besser als die letzte Runde mit dem vierten. Vielleicht aber nächstes Mal zweiter und dann erster. Wäre ja gar nicht von mir verkehrt, ne? Also, ihr wisst Bescheid, wenn es euch gefallen hat, lasst ein Bäumchen da. Natürlich auch bei den Schottskopf vorbeischauen. Kommentar. Kommentare nicht vergessen. Genau. Wir sehen uns dann bei der nächsten Folge wieder. Bis dann. Bis dann. Tolle Reihenote. Ciao, ciao. Ciao, ciao.